Verkaufen Sie auch Autos? Ein Ort weiter, Richtung Norden. Da gibt's einen Autohändler. Ich suche einen Geländewagen, einen Jeep. Schwarz, wenn's geht. Ihre Kollegen waren gestern Nacht erst da. Ich hab denen alles gesagt, was ich weiß. Das wäre? Fragen Sie doch Ihre Kollegen, Mann. Dafür hab ich leider keine Zeit. Ich weiß es doch wirklich nicht. Aber neulich, neulich, da hab ich noch mal gesehen. Oh, als er zur alten Stahlfabrik am Stadtrand abgebogen ist. Sie können meinen Wagen dafür haben. Ja, ich möchte nicht. Ja. Oh, wie s' No. Ich Sulligerd nicht. Gud, das wird immer noch mal gesehen.